Wir laufen in der Dunkelheit rum, doch leider sind wir nicht alleine wie dumm, denn da gibt's noch eine Killer und jeder ist gar kein Chiller und der niedet uns ganz schnell um, bumm bumm. Hier steht die ganze Zeit irgendwo im Nirgendwo. Hier steht einfach hinter der Autoreifen macht nichts. So kommt man voran. Nur. Er steht halt einfach genau hinter, er bückt sich sozusagen gleich hinter einem, ähm, Generator, warum er nicht gleich macht, verstehe ich nicht. Doch jetzt, ah, jetzt sehe ich den Killer, er ist bei ihm, aber, dicker, wie dumm, stellt er sich an. Okay, der, der Killer ist weg von ihm, weil ich komme mal kurz zu dir schauen, wie bist du, du bist hier, am Ausgang, okay. Was macht er jetzt? Ich geh jetzt aber wieder zurück. Er beschärft die Falle, wo ich reingedrinnen bin, oder in der anderen. Ich geh jetzt wieder zur Luke rüber. Okay, das hat der Killer gehört, jetzt rennt er zu ihm hin. Dann geh ich jetzt zur Luke rüber. Okay, er hat ihn wahrscheinlich. Den anderen. Lauf zur Luke, das schaffst du. Ja genau da war's, genau. Dann noch eins weiter. Naja, ich hab grad kurz Herzschlag gehabt, deswegen. Ja genau da ist er zwischendrin, ist die Luke, genau. Okay. Müssen wir schauen, wo der Schrank ist. Weil es dauert immer ein bisschen, bis er dann, bis sich der dann öffnet. Ja, er hat grad eine spannende Verfolgungsdakte, hui. Boah, das will ich jetzt sehr gerne sehen, aber ich mach jetzt lieber folgendes. Ja, kannst du auf meinem Kanal sehen. Mach jetzt lieber folgendes. Was wirst du? Schrank, oder was? Genau. Oh, schön. Schön, wenn ich auf deine Perspektive sehe, sehe ich einfach einen Schrank. Aber für dich Schrank-Action, ich mach jetzt einfach mal so ein paar Drehungen hier. Warte, ich schau. Oh. Sehr rotisch. Schrank können sie kostengünstiger werden. Für nur 999,99€ zuzüglich Versand können sie diesen wunderschönen, formschönen roten Schrank im Prof Entertainment Online Shop erwerben. Oder für 1€ bei Ikea. Oder für 1€ bei Ikea. Der ist aber nicht so hochwertig. Inklusive Expresslieferung. Ok, der Ding ist so blöd, der Killer. Der hat ihn nicht. Ok. Der steht jetzt wieder irgendwo rum in der Welt. Wo steht da rum, der Killer? Jetzt kommt er in die Nähe von dir. Ah, ne, ne, der, ähm, Hui kommt zu dir. Geh weg, Hui. Der Hui kommt zum Bagger oder halt zu dem Teil da. Der Hui kommt zum Bagger. Und jetzt? Boah, ich glaub, die Folge wird so ewig. Ja, natürlich. Schau mal, wie lang sie wird. Weißt du, wo der Killer ist? Ich hör bei beiden keinen Herzschlag, keine Ahnung. Ich seh auch nichts. Ich würd's jetzt einfach total begrüßen, wenn du den Generator jetzt fertig machst. Er versteckt sich halt. Ja, ok, er hat Herzschlag. Oh, er ist auf dem Hügel deiner Nähe von, von den ganzen ausgestaltenen Generatoren. Also auf der anderen Hälfte. Ok. Und er läuft in deine Richtung. Hinter das Haus. Ich bin aber schon weg. Oder? Ne, ich bin nicht weg. Ok, 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 ich hör's. Ich bin wieder weg. Ok, er macht jetzt einen Pianerator. Der Hui. Jetzt hat er aufgehört. Weil Herzschlag hat. Er ist auch so ein minimaler Herzschlag, aber Hauptsache gleich weglaufen um die halbe Erde. Aber er wird verfolgt, glaub ich mal. Ja. Es könnte sein, dass er gleich down ist. Das würde mich total freuen irgendwie. Nichts gegen Hui, aber... Das würde ich schon begrüßen. Ja, aber er ist gute weglaufen. Hä? Was war jetzt? Hä, wieso... Er hat dir gerade in random Schränke geschaut. Hä? Was? Bei mir macht es gerade die ganze Zeit so... Pling. Pling. Echt? Ja. Total komisch gerade. Ja, das war... Bei mir war es auch so, aber das war ein Schrankgeräusch. Ja, bei mir war es kein Schrankgeräusch. Bei mir war es irgendwie so ein Item gefunden Geräusch. Okay. Boah, kann der jetzt endlich mal... Weitermachen. Was macht er denn gerade? Ja... Ist wieder in der Nähe von einem... Ding, aber... Da kniet er einfach hinter so... Fässern und so. Das macht nicht viel. Ja, keine Ahnung, was er da machen will. Doch, jetzt läuft er wieder in der Richtung vom Haus. Aber es ist ein anderes Haus, glaube ich. Ja, genau. Nein, nicht da lang. Da ist er gerade hingelaufen. Ja, wieder zurück. Ah, das ist noch ein Schrank, sehr günstig. Diese Hütte da. Da ist er auch gerade in der Nähe. Gewiesen. Okay, ja, ich glaube er... Entschärft gerade eine Falle. Dass du lieber mal einen Generator machen. Ja, aber die Falle war genau vom Generator. Jetzt läuft er vom Generator wieder weg. Versteckt sich. Ja klar, weil jetzt kommt der Killer natürlich. Genau. Oh... Ich verstehe halt nicht, wieso er nicht auf die andere Seite gegangen ist. Aber... Ja, mein Gott. Da muss ich alles verstehen. Ich bin gespannt, ob das noch was wird mit meiner Falltür. Meinst du mit Luke selber, okay? Genau. In der Zwischenzeit kann ich die Zeit nutzen und dem bunten Farbenwechsel von meinem PC zuschauen. Türkis, Rot... Warum? Wechsel die Farben. Ja. Warum? So halt. Okay. Das ist ein HP und die haben da so ein tolles Lichtspiel eigentlich. Ich hab gar kein Licht. Alter, wieso? Rosa, lila! Zack! Wunderschön. Wunderschön. Jetzt hat er wie in der Falle entschärft. Aber jetzt macht er gerade einen... einen... noch jetzt nicht mehr. Er hat gerade einen Generator gemacht für zwei Sekunden. Boah, ganz im Ernst. Das wird mir jetzt echt zu blöd. Er läuft weg, er... er wird verfolgt. Er wird gesehen. Ich sag, er läuft noch in der Falle. Boah, ich werd grad die ganze Zeit von irgendwelchen scheiß Krähen umzingelt hier. Boah, das war ein bestes Versteck, diese Reifen. Unglaublich gut. Okay, jetzt hat er ihn halb abgehängt. Können Sie diese Krähen vielleicht mal verpissen? Jetzt ist er beim Bagger. Sehr gut. Wo bist du? Hä, was war das? Hey, deine Taschenlampe gibt's hier. Echt? Ja. Nimm sie mit. Ne, die nehm ich nicht mit. Bitte, nimm mir meine Taschenlampe. Okay, das ist ne offene Falle. Da latsch ich nicht rein. Alter, der... der Killer... ist an ihm vorbeigelaufen. Oh, ich sehe, dass der Killer auf mich zukommt. Oh. Ja. Wahrscheinlich. Okay, ich glaube, er macht langs... Jetzt wird er verfolgt, bzw. der Killer hat ihn übersehen. Aber er ist gerade bei einem Generator, neben dem eine Million Fall liegen. Okay. Wo ist der Generator? Puh. Ne, vor einem Schulbus. Sagt dir das was? Ja. Sag mir was. Alter, jetzt kommt er schon wieder in die Richtung. Das kann doch nicht sein. Ja. So in so einem Bruchhaus läuft er gerade hin. Kann ich jetzt vielleicht endlich mal den Generator fertig machen? Das würde ich wirklich jetzt total begrüßen. Da ist er. Okay. Scheiße. Und jetzt kommt der Killer. Fuck it. Fuck it. Wo kommt er lang? Wo kommt er lang? Ah, okay. Da lang. Perfekt. Nein. Alter, jetzt läuft er in meine Richtung, dieser Vollidiot. Geh weg. Ja. Er folgt dir. Der soll sich verpüssen? Nein. Alter, jetzt läuft er in meine Richtung, dieser Vollidiot. Ich glaube es hakt. Alter, diese scheiß Wallen überall, ne? Ja. Alter, jetzt ist der Ball. Er läuft zu dir. Was soll denn der Rotz? Geil, jetzt hat er mich, ne? Nein. Er hat eine Falle aufgehoben. Toll. Er steht immer noch da beim... Er stellt mir eine Falle da bei dem kleinen Generator. Alter, das ist doch ein Witz. Ich kann nie einen Generator fertig machen, wenn es nur noch zwei sind und der überall da rumgammelt. Ja. Jetzt ist... Jetzt kann der andere das machen. Die eine Seite ist doch frei. Geht auch zu der. Ja, dankeschön. Drei Viertel hat er fast. Nice. Ihr schafft das schon. Aber nimm die Luke, wenn du da näher bist. Bin ich. Nice. Aber dazu muss ich warten, bis er dann raus ist. Ja, ja. Klar. Okay, gleich hat er das. Okay, ich sehe den Killer, wie er da hinten am Berg rumgammelt. Nein, nein. Oh, er hat es geschafft. Jetzt wieder geschlagen. Jetzt wieder geschlagen. Oh. Der Ausgang. Aber gut, dass er es noch fertig gemacht hat. Das war echt krass. Das war krass von ihm. Wer gerade noch verfolgt? Ja, ja. Kriegt er eins aufs Dach? Ja, der hat ja schon eins aufs Dach bekommen, aber... Kriegt er gleich noch mal eins aufs Dach? Es wurde richtig bisher nur nicht. Doch, jetzt läuft er mir in die Arme her. Nice. War der eigentlich schon mal am Haken? Ich weiß es echt nicht. Hast du die Frage? Ja. Okay. Oh, jetzt warte. Warte, jetzt muss ich warten. Jetzt muss ich warten, bis der... Ja, bis es soweit ist. Bis die Luke offen ist. Aber ich glaube, es ist gleich soweit. Hast du schon mal gesehen, wie sie aufgeht? Ja. Habe ich schon öfter... Ja. Okay. Oh, jetzt machst du Gebrauch von Luke Ski-Walka. Tu es noch ein bisschen. Walka. Tu es noch ein bisschen ausreizen, glaube ich. Ja, mach hier noch alles zu, genau. Willst du ja deine Ruhe haben. Genau. Kannst du euch draufstehen, aber vergiss den Automatisch rein. Äh, ne, man kann auch draufstehen. Ich muss hier erst noch eine Taste drücken. Welche? Äh, RB. Bei... Kurz drücken oder lang drücken. Kurz drücken. Okay. Ja, ich hatte noch nie das Vergnügen mit Luke Skywalker. Ja, da kommt jetzt eh nicht hierher. Also, RB und Tschüss. War schön. Ich war nicht letzter. Yay. Aber viele Punkte habe ich jetzt bekommen. Geil. Ziele voll. Überleben voll. Tapferkeit ist natürlich nicht so viel. Boah, ich bin Level 18. Das war ich ja noch nie. Nice. Ich bin überlebenden Rang 18. Bin immer 20. Haha. Ja, gut. Dann warst du's von diesem Part. Item verdient Erste Hilfe, Carsten. Wunderbar. Wunderschön. Dann warst du's von diesem sehr langen Part. Ja, Item verloren. Mein Taschenlaso. Meine Breitenlinse. Nein. Okay, egal. Okay. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.